Was für Lappen Da hinten ist der Typ hier noch Oh Gott, der hat die Dinghy vorstellt Infzi, MC Ja, der hat sich ausgeloggt Yo, meine Freunde, willkommen zum neuen Fight of Soul PvP Wir helfen gerade Jong in seiner Base, die geradet wird, hat uns angeschrieben Und wir haben ihnen natürlich geholfen So wie es ist natürlich für Ehrenmänner gehört Hier sind natürlich noch ein paar Spasten drin Er ist sauerob, aber wir hauen ihn sowieso Deswegen macht das keine Und dann Nützt du gerade echt so ein Üben darauf Ja, kann auch nichts anderes Ich mach mal meine Combo gegen den an Die Pingschellen, die ich ihm verteile Oh, und Picke Jo Och, dieser Spaß sollst du einfach lassen Och, ist es gut MC-Kraft, der geht auf mich Hm, ich dachte, der wird hier verteidigen Dann geh auch Hä? Hä? Wie ist der bitte weggekommen? Hab ihn down, hab ihn down Jetzt kommt so ein 10x, Alter XR Notrix steht da Ich lag da auf Der kann sich Man kann sich wegporten Da geht es ja diese einen Millisekunden Den ganzen Wo man sich dann teleportieren kann Der Typ ist so low Der ist Man kämpft jetzt gegen Ich kämpf gegen den anderen Ich kämpf gegen den anderen Ich hab den anderen Go und schon deswegen Ich geh auf den anderen Du bist auf den anderen Ja, ich geh auf diesen Das ist ja nix Weil ging meine Hab ihn down, hab ihn down Sammeln, Sammeln, Sammeln Geh weg Ja, nimmst du go wieder Daher, Leute Komm Nice G Boin Baut die PA-Falle 7x4-3 down Läuft Ich baue kurz einen Schnell in den Loops darf weg Komm hier rein Hab mal kurz noch Easy Da bei dir so ein bisschen Aufregend Lol, Alter Ich vore es doch Da hinten ist der Typ hier noch Oh Gott Der hat sich den in die Pfust darf Infzi MC Ja, der hat sich ausgelockt Der hat sich hinten in der Ecke Ausgelockt Warte mal kurz, warte kurz Der lockt sich dann hier wieder ein Und dann ohne MC Croft oder so Jo Der wollte ich aber gerade teleportieren Ja, der ist auf Der hat aber den Helm angezogen Das heißt also, er hat irgendwas gehabt AW, AW, AW Hm? Nimm mal den Saft, ich weiß dir was hin, ne? Guck mal die Kiste hier Ja, der hat sich in der Ecke ausgelockt Ey, ich lieg die ganze Wertebilder ran Ja, was? Ja, was? Ich hab in der Kiste, den ich jetzt die Vos auf Das hat sich in der Ecke ausgelockt Nein, 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 wenn du das jetzt hin brauchst Dann denkt er doch dann weiß ich sofort, oder wenn ich mich stehen, abstelle Sag, ich mal nicht Weg, weg, weg Oh mein Gott, das ist doch noch einfacher als ich Ich hab einfach nicht gecheckt Ey, ich kann das jetzt nicht alles aufnehmen Ja, das ist egal, ansammelndichs Nice Ja, Leute, da ist er Das noch andere als Young, Young, es ist da Das Young, easy, bestie Das ist echt so Young, nehmen, auf, witz, noch, was? Was soll ich das jetzt sagen? Einfach Young ist der Beste, Alter Young, der Beste, Mann Ja So Young, Alter Wir haben einfach seine Base verteidigt, alt, easy, Alter Und vor allem, alle sind geragged gegen uns Sag auch nicht eine scheiß Botschaft an die ganze Menschheit hier draußen Das war scheiße von Needs2go Okay, Leute, damit würde ich mal sagen Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Wenn ja, würde ich nicht über eine positive Wertung freuen Ihr wisst ja, ähm Soulbosses Sind wir MLG-AW Young Nicht was Ne, ne, Young Also wirklich nicht Hashtag abgehoben Aber ist echt so Also wir sind schon wirklich sehr, sehr gut Und wenn ihr uns herauszuhören wollt Und Würde mich auf jeden Fall freuen Ähm Schreibt uns einfach an Ihr könnt das Back ohne Back machen Aber Basen-Griefen finde ich generell Ist nicht so Ist nicht so Fair Base verteidigen ist unser Job Wenn eure Base gegrieft wird Schreibt uns an Wir kommen Genau, schreibt auf der MLG-Clan an Wir verteidigen die für euch Ja, wir verteidigen für euch die Base-Griefen nicht zum Beschützen euch Vielleicht setzt uns für die Schwachen ein Wie Robin Hood Nicht Spaß Ähm So freut mich auch an der Base-Mack-Woppe Den Öfen dazwischen Genau Ähm Auch so ne richtige Nude-Base von Young So lieb So mag ich die Bases Ich kann euch mal kurz noch unsere Base zeigen Home-Badrock Der Yannick Ich habe keine Autoskoordinaten zuerst Der Yannick gerade die ganze Zeit gerackt Das müssen wir wieder hier vor ausformen Was wir jetzt grad getan haben Ja, okay, gut Also das war's mit den kleinen Let's Battle gewesen Wenn es euch gefallen hat Ich würde die Bewertung freuen Und wir sehen uns beim nächsten Battle, ne? Jo Jo, haut rein, ciao!